Leute, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Leute, und ich bin gerade aus Berlin gekommen, ihr seht, dass die meisten sehen das auf jeden Fall am Samstag, also könnt ihr euch sicher sein, dass ich dieses Video hier gerade um 3 Uhr nachts aufnehme, also eigentlich ein paar Stunden bevor ich es hochgeladen habe jetzt, und Leute, eigentlich sollte das ein Live-Kommentary werden, ja? Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, ja? Wisst ihr, warum es kein Live-Kommentary geworden ist? Ach, seht euch doch die verkalkte Scheiße, selbst dann in zwei Wochen nicht gezockt, und dann will ich mal einmal zocken, und dann ist das jetzt noch ne Scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott. Hey, what the fuck? Spawned, what the fuck? Niemand bist du dumm schreibt. Mein Aim ist, ähm, war noch nie besser. Wieso geht... Ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen, das Chillige Zocken hat sich bei mir denn auf jeden Fall erledigt für heute, und ein richtiges Thema habe ich auch eigentlich gar nicht, weil ich bin gerade zu Hause gekommen, wollte euch aber mit einem Video versorgen, ich hoffe, es hat euch wenigstens unterhalten, weil mich hat es in mir hier haben. Ich will jetzt nicht sagen, gar nicht unterhalten, aber gar nicht unterhalten. Ansonsten nicht vergessen, mir auf Instagram zu followen, weil da was richtig Heftiges auf euch zukommt. Und damit meine ich nicht die Bilder. Der Witz war so ziemlich der schlechteste Witz, den ich in den letzten zwei Wochen gebracht habe, aber egal. Und, nachdem ihr auf meinem Instagram unterwegs wart, was übrigens, ich kann nicht reden, Alter, und nachdem ihr bei meinem Instagram unterwegs wart, bin ich dumm, und nachdem ihr bei meinem Instagram unterwegs wart, was übrigens irgendwie die Priorität dieses Videos hier ist, weil ich keine Ahnung habe, was hier labern soll, könnt ihr bei meinem Twitch-Channel mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, natürlich nur, weil ich downloade gerade Infinite Warfare und Mono Warfare Remastered, und das wird dann natürlich gestreamt. Heute Abend für euch, wenn ihr das gerade am Samstag am Release des Videos guckt, ihr merkt schon, ich bin total verplant, es ist jetzt 4 Uhr gleich, ich lade es jetzt hoch, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, wirklich. Ja, ich hoffe, man kann auch mal hier, Alter, ich bin Kilian, Mann, ich bin behindert als fuck, das wisst ihr doch, Alter, ich lade manchmal einfach mal ein bisschen Scheiße hoch, heute ist es soweit, und schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall nicht in die Kommentare, lasst einfach ein Like da, und wisst ihr was, eigentlich könnt ihr einfach jetzt bei meinem Instagram vorbeischauen, wisst ihr? Also jetzt klickt einfach mal, erster Link in der Beschreibung, mhm, Dankeschön. Hab euch lieb. Schleichwerbung.